Nur wer keine gute Qualität liefert, muss sein Produkt auch verkaufen. Also für die, die hier sind, ihr seid ja nicht das erste Mal bei mir, ihr denkt, Dirk, was ist das für eine Scheiße? Wer sagt sowas? Wer glaubt das? Das ist ein allgemeiner Glaubenssatz in der deutschen Wirtschaft. Nur wer keine gute Qualität liefert, muss sein Produkt auch verkaufen. Wisst ihr, wie viele Kommentare ich jeden Tag lese in Social Media von Leuten, die schreiben, ey, wenn du was könntest als Coach, müsstest du keine Werbung auf YouTube schalten. Das ist das. Ey, wenn du was könntest, müsstest du nicht so viel Werbung machen auf Instagram. Genau. Streicht das. Ihr müsst verkaufen. Wenn ihr nicht verkauft, verkauft es keiner für euch.